Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja heute ist der 10. Dezember vlog und ja wir haben mittlerweile schon 18.35 Uhr heute erst denn so spät anfangen aber ich habe den ganzen Tag Euro Truck gespielt also das heißt den ganzen Tag ich habe heute morgen halt eben noch Dinge für die Schule getan ich wollte jetzt mal mein Bett hier da habe ich mein Bettbezug das werde ich da jetzt rein klatschen ich würde sagen let's go so das Bett ist jetzt fertig gezogen jetzt gibt es eine kleine Trinkpause danach werde ich anfangen das Video zu schneiden so mittlerweile haben wir 23.21 Uhr ich kriege jetzt hier ein Bett und ich schaue jetzt an der Folge Haus des Geldes und esse da Nudeln mit Baronessauce damit möchte ich euch schon wieder sagen das war es heute in diesem Video wenn es euch gefällt wünsche ich euch einen Daumen nach oben Freunde und wenn ihr euch seid passt mal ab und ab und ab und ab und ab und drückt auf die kleine Glocke bis zum nächsten mal und ciao ab und 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 ab